Grüezi miteinander. Herzlich Willkommen im nickelnaggeln neuen Kia Showroom im zweiten Stock. Geschätzte Kia-Fahrerinnen und Kia-Fahrer. Wir freuen uns den Frühling auf diverse neue Modelle. Zum Anfang zwei Sondermodelle. Einerseits die limitierte Version von Picanto X-Line. Von dem gibt es 77 Stück. Wir haben nur eine Nacht bei uns. Und den Sportage in einer Black-Line Edition. Des Weiteren gibt es bei Seed 20 PS mehr. Wir haben den neuen Motor und dort haben sie 160 PS drin. Und das Flaggschiff, das ich hier gerade zustehe, ist aktuell noch in der Hybrid-Version. Das kommt ganz neu als Plug-in-Hybrid. Bei Kia sind die alternativen Antriebe nicht nur ein Lippenbekenntnis. Sondern Kia ist diesbezüglich im vollen Schwung. Seit über sieben Jahren bietet Kia ein Modell an, das rein elektrisch fährt. Der Soul. Und aktuell haben sie in der Palette sogar zwei elektrische Modelle. Und beide sind lieferbar. Dort gibt es hervor zu halten. Erstens die tolle Reichweite von bis zu 455 km. Und andererseits den geringen Kilowattverbrauch auf 100 km. Selbstverständlich gibt es bei allen anderen Modellen die üblichen alternativen Antriebe. Zum Beispiel haben wir mild-Hybrid, eher bei den Kleinwagen. Voll-Hybrid, zum Beispiel bei einem Niro. Je nachdem was ihre Fahrgewohnheiten bräuchten. Die Kia hat es im Angebot und immer zu einer tollen Preis-Leistung. Highlights haben wir in jeder Menge. Angefangen bei den Power-Sonder-Modellen. Wo es ein Stonic gibt, wo es ein Seed gibt, wo es ein Sportage gibt. Bei Sportage haben sie sogar bis zu 4'500 Franken Prämie. Weitere tolle Angebote bekommen. Sie haben einen tollen Leasingzins von 0,9%. Und wie sie vielleicht schon drauf gekommen sind mit den 77 Sondermodellen, spielt die Zahl 7 bei Kia grosse Rolle. Dort gibt es nämlich 777. Sieben Jahre Garantie. Sieben Jahre ein gratis Navi-Update. Und sieben Jahre haben sie Assistance dabei. Und da bei all diesen Angeboten sind Gutscheine von der Gastro AG noch nicht dabei. Klicken Sie unten auf den Link für eine Probefahrt. Kommen Sie den neuen Kia Showroom bestaunen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Herzlichen Dank.